Titus Gebel – Freie Privatstädte Einleitung Teil 2 der Reihe zur Lösung der Probleme des aktuellen Systems und das erste Konzept dieser Reihe Titus Gebel und seine freien Privatstädte von 2018 Hintergrund Wie soll das menschliche Zusammenleben in Zukunft geregelt werden? Darüber macht sich Titus Gebel seit längerem Gedanken. Politisch und beruflich arbeitete er über 30 Jahre an verschiedenen Projekten. Bei diesen Tätigkeiten entwickelte er das Konzept der freien Privatstädte. Um diese zu verwirklichen, gründete Gebel die Gesellschaft Free Private Cities, deren Präsident er ist und bei der er mit einem hochrangigen Team an der Umsetzung arbeitet. Im Jahre 2018 erschien das gleichnamige Buch in mehreren Sprachen, mit dem er das Projekt der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen will. Über das Werk In seinem Werk stellt Gebel ein neuartiges Ordnungssystem vor, welches er freie Privatstädte nennt. Bei diesem System erleben die Menschen einen freien Markt im Bereich des menschlichen Zusammenlebens. Dieser Ansatz unterscheidet sich grundlegend von all den anderen liberal-libertären Ansätzen als auch von allen Visionen anderer politischer Strömungen. Über den Beitrag Gebels Buch erfasst sehr viele Aspekte von den Grundlagen des menschlichen Zusammenlebens über das Konzept der freien Privatstädte sowie Vorschläge zur konkreten Umsetzung bis hin zur Zukunftsvision. In diesem Beitrag wird kurz auf die Grundlagen eingegangen, ehe sich vor allem dem Konzept gewirkt wird. Gebels Ansatz Gebel entwirft ein gänzlich neues System in seinem Werk. Aus diesem Grund beginnt er Aspekte des Gelingens einer Gesellschaft zu analysieren und erklärt, wie aktuelle Strukturen, die genau dieses Gelingen ermöglichen sollen, es auf lange Sicht erschweren und verhindern. Seine grundsätzlichste Überzeugung des menschlichen Zusammenlebens findet sich im Recht auf ein selbstbestimmtes Leben. Da ein starres Werte- und Herrschaftssystem notwendigerweise gegen diesen Grundsatz verstößt, braucht es mehr Flexibilität, welche nur durch einen Markt für das menschliche Zusammenleben erreicht werden kann. Dies liegt vor allem an den Grundlagen des menschlichen Handelns und der Herrschaft. Ähnlich wie Molyneux stellt Gebel fest, dass der Mensch vor allem nach Anreizen handelt. Das heißt, sein Handeln richtet er nach einer Kosten-Nutzen-Kalkulation aus. Der Hauptanreiz des Menschen sieht Gebel in der Erhöhung des eigenen Wohlbefindens, sprich die stetige Bedürfnisbefriedigung. Der Mensch ist ein Nutzenmaximierer. Dazu strebt er auch nach immateriellen Dingen wie Macht, Erkenntnis oder Anerkennung. Dieses Streben endet allerdings nie, wodurch insbesondere die Mächtigen immer mächtiger werden wollen. Gesellschaftlicher Zusammenhalt Für den Zusammenhalt einer Gesellschaft ist es daher äußerst wichtig, dass die Anreize richtig gesetzt werden. Wenn Menschen beginnen, auf Kosten anderer zu leben und sich zu bereichern, kann das Streben nach Wohlbefinden dem Zusammenhalt ein schnelles Ende bereiten. Gebel zufolge müssen die Anreizstrukturen so angepasst werden, dass es zu solch unerwünschten Verhalten gar nicht erst kommt. Ein wichtiger Bestandteil davon ist die Begrenzung von Macht. Typische Machtbegrenzer wie Verfassung, Demokratie, Menschenrechte etc. können zwar ihren Beitrag dazu leisten, sind Gebel zufolge jedoch nicht effektiv genug. Was aus seiner Sicht Macht wirklich begrenzt, sind Kleinheit, Subsidiarität und Wettbewerb, welche die hohen Kosten für Machtausweitung und Erhalt untragbar machen. Gemeinsame Werte sind für den Zusammenhalt eines Gemeinwesens nur bedingt notwendig. Oft als notwendig erachtete Werte wie Gleichheit bis auf Gleichheit vor dem Recht und Gemeinwohl führen sogar zu mehr Zwist und Herrschaft, da sie in ihrer Konsequenz die goldene Regel verletzen und Fehlanreize setzen. Eine gemeinsame Identität kann hingegen für ein erfolgreiches Zusammenleben sehr hilfreich sein. Die junge USA und das moderne Singapur zeigen aber, dass es auch ohne geht. Gebel geht allerdings davon aus, dass auch eine neue gemeinsame Identität entsteht. Die freie Privatstadt ist eine alternative Ordnung, die Machtausweitung und Fehlanreize durch Kleinheit, Subsidiarität und Wettbewerb verhindern soll. In diesem System bietet ein privates Unternehmen als Staatsdienstleister einen Ort zum Leben an und garantiert vertraglich den Schutz von Leben, Freiheit und Eigentum. Ein echter und realer Gesellschaftsvertrag. Die Leistungen des Unternehmens umfassen innere und äußere Sicherheit, einen Rechts- und Ordnungsrahmen sowie unabhängige Streitschlichtungen. Das Unternehmen finanziert sich durch Beiträge seiner Bewohner, die vertraglich festgelegt sind. Der Vertrag zwischen Dienstleister und Bewohner kann von Seiten des Dienstleisters nicht gekündigt werden, sofern der Bewohner keine Kündigungsgründe, z.B. Mord, erfüllt hat. Der Bewohner kann aber jederzeit kündigen und wegziehen. Änderungen im Vertrag können nur im beiderseitigen Einvernehmen erwirkt werden. Sollte der Unternehmer seinen Vertrag nicht oder nicht ausreichend nachkommen, hat der Bewohner einen Schadensersatzanspruch gegen ihn. Um den Rest muss sich der Bewohner selbst kümmern und ist dabei komplett frei, sofern er nicht anderen Bewohnern schadet. Für Gebel liegt der große Vorteil der Erbringung des Staatsdienstes mittels eines Dienstleistungsvertrags darin, dass wir täglich in unzähligen Geschäften genau dies machen. Es ist erprobt und bewährt. Die Hauptmerkmale einer freien Privatstadt 1. Freie Privatstädte sind souveräne oder mindestens teilautonome Gebiete. Sie haben einen eigenen Rechts- und Ordnungsrahmen, die ausschließliche Staatshoheit im eigenen Gebiet, eigene Sicherheitskräfte und verfügen über ein unabhängiges Streitschlichtungssystem. 2. Die freie Privatstadt wird von einem Unternehmen gewinnorientiert betrieben. Sie finanziert sich durch einen vertraglich festgesetzten Beitrag ihrer Bewohner und garantiert den Schutz von Freiheit, Leben und Eigentum. 3. Teilnahme und Verbleib sind freiwillig. 4. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Aufnahme in eine freie Privatstadt. 5. Jeder Bewohner schließt mit dem Betreiber einen individuellen Bürgervertrag über die gegenseitigen Rechte und Pflichten. 6. Dieser Bürgervertrag ist eine individuelle Verfassung und kann nicht einseitig geändert werden. 7. Alles ist erlaubt, was nicht durch den Bürgervertrag verboten ist. 8. Jeder ist für sein Handeln und dessen Konsequenzen selbst verantwortlich. 9. Kündbar ist der Vertrag nur von Seiten des Bürgers. Der Betreiber kann nur in besonderen Verstößen des Bürgers gegen seine Pflichten kündigen. 10. Im Konfliktfall ist der Bürger berechtigt, unabhängige Schiedsgerichte aufzurufen. Diese sind nicht Teil der Betreibergesellschaft, sodass kein Interessenkonflikt vorliegt. Vorteile der freien Privatstadt Freie Privatstädte sind keine Gated Communities, da die Bürger nicht dem Recht irgendeines Landes unterworfen sind, sondern ein eigenständiger Rechts- und Ordnungsrahmen existiert. Damit andere Länder diesen auch akzeptieren, ist es wichtig, dass eine freie Privatstadt keine Kriminellen anzieht. Entsprechend hat eine freie Privatstadt ein Interesse daran, Menschen auszuschließen, die außerhalb des eigenen Gebietes kriminell sind, was vertraglich vereinbart wird. Darüber hinaus bietet die freie Privatstadt Gebel zufolge eine Vielzahl von Vorteilen. In einer freien Privatstadt herrscht Rechtssicherheit. Das heißt, einmal geschlossene Rechtsverträge können nur im gegenseitigen Einvernehmen geändert werden. Der Betreiber kann nicht wie eine Staatsregierung Gesetze nach Belieben verabschieden und oder verändern. Die freie Privatstadt ist frei von Politik. Alle Freiheiten der Bürger sind durch die Unabänderlichkeit des Bürgervertrages garantiert. Der Betreiber garantiert den Schutz von Freiheit, Leben und Eigentum. Im Schadensfall hat der Bewohner einen Schadensersatzanspruch bei der Betreibergesellschaft, wodurch diese ein Interesse daran hat, ein Höchstmaß an Sicherheit und Wehrhaftigkeit bereitzustellen, ohne dabei die Lebensqualität der Bewohner zu reduzieren. Die Macht eines Betreibers wird durch seine Wettbewerber begrenzt. Der Betreiber sucht sich seine Bewohner aus, wodurch es sehr vielfältige oder sehr homogene freie Privatstädte geben kann. Einwände Gebel macht sich auch Gedanken zu Einwänden gegen seine freie Privatstadt. Viele möglichen Einwände fallen in die Kategorie, gefällt mir nicht. Kritiker könnten Angst vor unter anderem Trittbrettfahrern, Segregation, Ausbeutung oder Exklusion haben. All diese Einwände entkräftet Gebel. Zusammenfassend zeigt er, dass die Befürchtungen entweder irrational sind, zum Beispiel Trittbrettfahrer, oder ziemlich narzisstisch, zum Beispiel Segregation, wohinter die Anmaßung steht, über das Leben aller Gesellschaftsmitglieder entscheiden zu können. Gebel maßt sich kein Urteil darüber an, ob Menschen besser in einer vielfältigen oder homogenen Gesellschaft leben sollen. Die freie Privatstadt ist freiwillig, sodass auch nur Leute dahin ziehen werden, die von dem Konzept überzeugt sind. Es ist halt nicht nachvollziehbar, warum man diese Menschen daran hindern sollte. Andere Einwände fallen in die Kategorie, funktioniert nicht. Kritiker könnten unter anderem befürchten, dass die Sicherheit oder Rechtsdurchsetzung nicht in dem Maß erfolgt, wie Gebel sich das vorstellt, oder dass die Betreiber bei Regeldefiziten oder Insolvenzen die Bürger in Ungewissheit zurücklassen. Auch diese Einwände entkräftet Gebel. Zusammenfassend zeigt er, dass Betreiber und Bewohner solche Probleme erkennen und ein Interesse daran haben, für beide Seiten vorteilhafte Lösungen zu finden. Ohnehin ist eine freie Privatstadt deutlich flexibler im Umgang mit Problemen als Staaten. Vorbilder für freie Privatstädte Für die freie Privatstadt finden sich eine Reihe von Vorbildern autonomer oder souveräner Städte und Stadtstaaten, an denen Gebel sich orientiert und die er beschreibt. Zu den historischen Vorbildern gehören die griechischen Polis, souveräne Stadtstaaten, von denen es zwischen ca. 800 v. Chr. und 700 n. Chr. über 1000 gegeben hat. Die italienischen Handelsstädte Genua und Venedig, die es bis zur Republik brachten, ehe sie ihre Unabhängigkeit verloren. Besonders Venedig war von 697 bis 1797 souverän. In Deutschland gibt es mit den freien Privatstädten sowie den Hansestädten zwei Beispiele autonomer Stadtstaaten, bei denen sich die Bürger ihre Autonomie gegen die geistlichen und weltlichen Herrscher erkämpften. Heute gibt es eine ganze Reihe autonomer und souveräner Städte, die als Vorbild für eine freie Privatstadt dienen. Zum Beispiel sind Monaco, Hongkong, Dubai und Singapur Städte, in denen die Menschen relativ frei leben können. Ihnen gemein ist, dass sie alle auch die Wirtschaftsleistung umliegender Gebiete drastisch erhöhen konnten. Ein sehr aktuelles und interessantes Beispiel ist zudem die US-Stadt Sandy Springs. Die Stadt wurde 2005 auf Drängen der Bürger eigenständig. Anschließend privatisierten sie alle städtischen Dienstleistungen mit Ausnahme von Polizei, Feuerwehr und Gerichten. In Folge stieg die Qualität der Dienstleistungen und die Kosten sanken. Sonderzone und andere Varianten Auch wenn Gebel sich als Unternehmer eher für die Gründung einer freien Privatstadt im Sinne eines schlanken Nachtwächterstaates interessiert, so macht er auch klar, dass dies sich zwingend erforderlich ist. Eine freie Privatstadt kann durchaus deutlich mehr Leistungen für seine Bewohner erbringen oder mehr Regulierung vorschreiben. Auch wäre es möglich, einen Teil der Regeln durch Gremien oder demokratische Wahlen zu bestimmen oder der Inhaber der freien Privatstadt könnte selbst ein Staat sein. Wichtig ist lediglich, dass der Bürgervertrag zwischen Betreiber und Bewohner nicht einseitig abgeändert werden kann und dass die Bewohner Gerichte anrufen können, die nicht dem Betreiber gehören. Genauso sind für Gebel auch freie Privatstädte denkbar, wo der Betreiber der freien Privatstadt auch das Gewaltmonopol aufgibt und einige Regeln der freien Privatstadt frei wählbar sind, wodurch das Modell fast eine Anarchie gleich käme. Freie Privatstädte sind für Gebel allerdings auf absehbare Zeit noch nicht realisierbar, weil es zurzeit am politischen Willen der Regierung und Parlamente mangelt. Sonderzonen sind aus diesem Grund ein gangbarer und wichtiger Zwischenschritt bis zur Errichtung einer ersten freien Privatstadt. Alternativ könnten Verantwortliche auch durch Modelle ähnlich wie Sandy Springs faktische Privatstädte schon heute erzeugen, sofern es die Regeln eines Landes erlauben. Zusammenfassung In freie Privatstädte stellt Titus Gebel ein alternatives Ordnungssystem dar, welches auf Wettbewerb, Freiwilligkeit und Vertragstreue beruht. Eine freie Privatstadt ist eine von einem Unternehmen geführter Ort, bei dem die Bewohner mit dem Betreiber der Stadt eine einseitig unveränderbare individuelle Verfassung vereinbaren, die Rechte und Pflichten der Bewohner und des Betreibers regelt. Durch einen sehr umfassenden Kündigungsschutz und unabhängige Gerichte haben die Bewohner eine hohe Rechtssicherheit und dadurch auch eine Planungssicherheit. Die freien Privatstädte bieten jedem Menschen einen Ort an, der ganz nach dem individuellen Geschmack ausgerichtet wird, sofern die Teilnahme freiwillig bleibt und die Nachfrage nach genau diesem Ort zum Leben groß genug ist. So können die Menschen beispielsweise freiwillig über das Maß an sozialer und kultureller Unterstützung durch den Stadtbetreiber entscheiden, ohne aber andere durch Zwangsabgaben und Regularien zu genau diesem Verhalten zu zwingen. Die Menschen haben zudem jederzeit das Recht, eine freie Privatstadt auch wieder verlassen zu können, sodass schlecht betriebene Städte wieder vom Markt verschwinden. Der Ansatz ist sehr realistisch, da das Grundprinzip nicht neu ist und es ähnliche Modelle in großer Anzahl aktuell in der Geschichte gibt. Und das ist sehr am Hapl Solid des Ziviles die Frage nach Bruder im Feuer richtigen zu zeiget haben, aber das ziel coordinate��一點, Und das zähnlich, das z stretchy und z창st allzuheckt, in Beschreiben zu고요,